Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video! Drei Fragezeichen-Orakel am 21. September 2019 Erste Frage ist, was denkt er? Und das schauen wir auch an. Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Dazu kommt eine Tagesbotschaft aus dieser Schokoladenkarte. Die erste Frage war, was denkt er? Er möchte sein Leben beherrschen. Er möchte seine Gedanken beherrschen. Er möchte seine Gefühle beherrschen. Und zeigt ein selbstbewusster Auftreten. Möglich ist auch, dass er vorhat, mit einer männlichen Person zu treffen. Und dieser Mann hat auf jeden Fall was zu sagen. Und diesen Treffen hat eine Bedeutung. Natürlich kann man es auch vorstellen, dass er hat diese Machtposition. Wie fühlt er sich? Das zeigt dieses Bild. Er trifft ganz klare Entscheidungen. Er setzt etwas in Bewegung und kommt entgegen. Es kommt ein Nachricht oder ein Besuch oder ein Treffen. Das hat er vor und das übereinstimmt, so wie er sich fühlt. Was vermittelt er? Es kommt etwas in Harmonie. Und dieses Bild zeigt auch die Schönheit, die Kreativität. Und diese Anerkennung werdet ihr auch bekommen. Kommt ein Kompliment oder ein Geschenk oder eine Einladung oder eine kreative Tätigkeit und er unterstützt euch dabei. Die heutige Tagesbotschaft ist Fernweh. Er hat die Sehnsüchte und das, was er auch verspürt. Das verbindet euch. Und das war mein drei Fragezeichen Orakel. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici